So, du darfst dich davon gar nicht beirren, dass es zu viele YouTube-Videos gibt und jeder sagt etwas anderes. Keep it simple. Mach es sehr einfach. In die Turnschuhe, geh joggen, mach paar Liegestütze, reduzier deinen Zucker, iss mehr Gemüse. Wenn du Veganer bist, kannst du kein Fleisch essen, aber es gibt auch Proteine für dich. Und es gibt andere Eibersquellen. Und wenn du Fleischesser bist, so wie ich, naja, dann gibt es jede Menge Möglichkeiten. Es ist ganz einfach abzunehmen und sogar einen attraktiven muskulösen Körper aufzubauen. Verabschiede dich von irgendwelchen...